O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O. Schon ok, Didi. Mit deinem Segen würden wir heute nach Junagat aufbrechen. Ich habe so viel bei dir gelernt. Durch dich bin ich eine Persönlichkeit. Und das alles möchte ich nutzen. Damit ich auch etwas aus mir machen kann. Wenn ich dir oder der Familie irgendwie jemals Schaden zugefügt haben sollte, dann bitte, bitte verzeiht mir. Käser, bitte. Ich bin diejenige, die sich bei dir entschuldigen sollte wegen dir. Nein, die Idee. Sag das nicht, die Idee. Sag das bitte nicht. Du bist und bleibst mein großes Vorbild. Soweit gekommen bin ich nur dank dir. Und mit deinem Segen möchte ich gerne aus mir selbst etwas machen. Ich möchte versuchen, auf eigenen Beinen zu stehen. Und im Falle eines Fehlschlags weiß ich, dass ich immer auf die Unterstützung aus der Familie bauen kann. Aber das kannst du doch auch, wenn du hier bist, Käser. Sag das nicht nur. Käser hat recht. Lass ihn jetzt gehen. Und irgendwann, wenn es soweit ist, wirst du uns allen etwas vorschwärmen, wie erfolgreich Käser geworden ist. Da bin ich mir sicher. Ich verstehe schon. Hör zu, Käser. Wenn du dich jemals irgendwie alleine fühlst. Ich kann es nicht ertragen, dich weinen zu sehen, Didi. Die ganze Zeit warst du wie eine Mutter für mich. Also würdest du mir dann bitte auch diese eine Chance geben, um das Beste aus mir selbst zu machen. Ich brauche deinen Segen, Didi. Ich wünsche dir alles Glück der Welt. Sag, Risham, dass es mir leid tut, wie ich sie behandelt habe. Ich werde euch besuchen kommen, sobald ihr in Junagat seid. Ich wünsche dir alles Glück, dass es mir leid tut, wie ich sie behandelt habe. Komm rein. Didi, bitte. Es tut mir wirklich leid. Ich weiß, dass ich dich sehr schwer enttäuscht habe. Aber bitte glaube mir. Ich wusste nicht, dass dieser Mann Gafur heißt. Ich wusste nichts über seine Vergangenheit. Genug Ratschwer. Das war wirklich unverantwortlich von dir. Ich bin nur froh, dass Siddharth dort pünktlich eingetroffen ist. Gott segne ihn dafür. Ich hätte meine Firma verlieren können. Ich hätte meine Vollmacht auf dich übertragen, obwohl du nicht die geringste Ahnung davon hast, wie man Geschäfte leitet. Du hast jedes Recht, wütend auf mich zu sein. Aber im Moment kann ich nichts anderes tun, als mich zu entschuldigen. Aber ich kann dir Folgendes versprechen. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, damit du mir wieder verzeihst. Bitte. Es gibt doch gar keinen Grund, irgendetwas richtig zu stellen, okay? Lass mich jetzt etwas allein, bitte. Mach ich, Didi. Zedat, komm bitte ins Büro. Was gibt's, Mom? Zedat, bitte schließ die Tür hinter dir. Ja? Was ist? Zedat. Ich bin wirklich sehr stolz auf dich. Du hast deinen Instinkten vertraut und hast dadurch heute das Richtige getan. Und weißt du, ich bin froh darüber, dass ich jemanden hier habe, dem ich jederzeit voll vertrauen kann. Und ich habe noch etwas anderes verstanden, und zwar, dass du einen guten Sinn für das Geschäft hast. Du hast noch versucht, mich zu warnen, bevor ich den Deal gemacht habe. Tatsächlich... Mach dir keine Gedanken. Das Einzige, was für mich zählt, ist, dass du so denkst. Du redest zu viel. Darf ich vielleicht zu Ende reden? Sicher. Zedat, mein Lieber... Ich musste das Haus und auch meinen Laden verpfinden, damit das Geschäft wieder wie gewohnt weitergehen kann. So viel Geld besitze ich einfach nicht. Also hilf mir bitte, damit ich meinen Besitz wieder auslösen kann. Weißt du, was wir machen? Du wirst das alleine beaufsichtigen. So wird der ganze Prozess reibungslos ablaufen. Nun... Mach... Mach dir keine Sorgen. Du zeigst, dass du mir vertraust. Das ist Anreiz genug. Ich werde es erledigen. Lass uns vergessen, was mal war. Ich bin nur froh, dass die Dinge wieder so werden, wie sie mal waren. Gott, was ein Tag. Noch ist nichts wieder normal. Die Gefahr ist noch lange nicht gebannt. Aber momentan will ich meiner Schwiegermutter nicht noch mehr Stress aussetzen. Ich werde der Sache, die Gafur erwähnt hat, auf jeden Fall auf den Grund gehen. Wer unter uns versucht, unser Leben zu ruinieren? Was... Was ist das denn, Ratsch? Simran, Schatz. Du bist nicht nur im Leben meine Partnerin, sondern auch bei meinen Geschäften. Deswegen musst du diese Dokumente unterzeichnen. Ja, aber... Wofür sind diese Papiere? Ich habe eine Entscheidung getroffen, Simran. Ich möchte gerne das größte Projekt meiner Firma beginnen. Und das möchte ich im Namen Klikikas tun. Es tut mir so leid, Ratsch. Ich habe dich völlig falsch eingeschätzt. Was habe ich denn getan? Wir sind doch eine Familie. Und Simran, Schatz, ich mache das alles doch nicht völlig ohne einen Grund. Menschen glauben nur das, was sie wirklich sehen. Und außerdem erweitere ich ja lediglich dein Geschäft. Du sagst das alles doch nur, weil du dich dazu gezwungen fühlst. Aber seien wir ehrlich. Welcher Stiefvater würde in der heutigen Zeit so etwas für seine Stieftochter tun? Bitte, setz dich hin, okay? Bitte unterschreib doch diese beiden Dokumente. Warum gibt es denn zwei... Das musst du unterschreiben, damit ich auch für deine andere Tochter etwas beginnen kann. Ich verstehe dich nicht ganz, Ratsch. Denk nicht zu viel darüber nach. Unterschreib nur auch das andere. Was meinst du? Was ich damit sagen will, ich habe auch etwas für Roshni zur Seite gelegt. Ist das wahr? Ich denke, du hast dir einen fantastischen Plan ausgedacht, Ratsch. Wir haben Roshni nie als unsere Schwiegertochter angesehen. Sie war schon immer unsere Tochter. Das hast du schön gesagt. Sie ist unsere andere Tochter. Das willst du also, Ratsch. Du lässt Mutter die Papiere unterzeichnen, damit Roshni alles bekommt. Was hast du dir nur gedacht? Dachtest du wirklich, ich würde nichts sagen, nur weil ich deine Stieftochter bin? Ich habe auch einen Anteil verdient. Warte nur, bis ich dir zeige, wie ich deinen dummen Sohn und seine Frau in Stücke zerreißen werde. Herr Wachmeister, ich muss unbedingt auf der Stelle mit Gafur sprechen. Aber er ist doch gar nicht mehr hier. Die Kaution wurde gestellt. Was wollen Sie damit sagen, Herr Wachmeister? Wie konnten Sie einen Kriminellen wie Gafur gehen lassen? Und wer hat die Kaution gestellt? Sein Anwalt ist vorhin hergekommen und hat die Kaution übernommen. Wie hätten wir ihn da noch hier behalten sollen? Hör mir zu, Gafur. Du hast jetzt genug Geld von mir. Tauch erst einmal unter. Dein Anwalt kümmert sich schon um den Rest. Dafür, dass du die Kaution gestellt hast, möchte ich mich bei dir bedanken. Hättest du das nicht, hätte ich schon dafür gesorgt, dass du in der Zelle neben mir sitzt. Denn ich bin nicht gerade gnädig. Ich hätte ihnen sofort die ganze Wahrheit über dich gesagt. Jetzt hör mir mal zu. Ja? Ich bin noch nie in meinem ganzen Leben jemand so leichtsinnigen wie dir über den Weg gelaufen. Du hast dich darüber ausgelassen, wie unnütz Sidat ist. Und schau mal, wer dich verhaften ließ. Es war Sidat. Also mach folgendes. Lauf solange du noch kannst. Pass auf. Du wirst auch nicht verschont werden. Also mach hier nicht einen auf Oberschlau. Er wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch nach dir suchen. Okay. odu. Okay. Why? Wir werden uns schon bald wiedersehen. Warum haben sie das getan? Du spielst jetzt besser mit, wenn du überleben willst. Wie können sie es wagen? Wie konnten sie die Kaution für ihn stellen? Wegen ihnen laufen Kriminelle frei auf der Straße rum. Sie sollten sich schämen. Sid! Was machst du denn hier ratschwer? Ich bin wegen Gafur hierher gekommen. Ich wollte wissen, warum er vorhatte, uns reinzulegen. Ich wollte wissen, mit wem er arbeitet. Ich bin hergekommen, um mit ihm darüber zu reden, aber er hatte bereits die Kaution gestellt. Aber Sid, mach dir keine Sorgen. Ich werde schon herausfinden, wo sich Gafur gerade befindet. Ich bin gleich zurück. Da ist jemand unter euch, der euch alle ruinieren wird. Merkt ihr meine Worte? Ihr werdet untergehen! Das ist meine Warnung an euch! Ja, Roshni? Hallo, Sidat. Könntest du zum Kinderheim kommen und mich dort abholen? Ich komme. Durga? Warum wolltest du, dass ich zu dir komme? Nimm doch bitte Platz. Was ist denn? Wo warst du? Ich war beim Tempel. Und jetzt? Sag mir, was ist. Mom, ich habe nachgedacht. Und was? Ich glaube, dass ich in den letzten Monaten einige Fehler gemacht habe und an vielem die Schuld trage. Schon okay, Durga. Wir sind alle Menschen. Wir sind nicht davon befreit, Fehler zu machen. Und außerdem ist mit dir und Kesa alles gut gegangen. Kesa ist nicht der Einzige, von dem ich spreche. Sondern? Ich denke, ich habe Sidat anfangs falsch eingeschätzt und ihn wohl falsch verstanden. Er ist kein schlechter Mensch. Ich gebe zu, dass ich ein wahrer Sturkopf bin. Ich werde sehr schnell aggressiv und auch wütend. Aber weder bin ich ein Dummkopf, noch bin ich blind. Und alles, woran ich immer nur gedacht habe, war, dass Sidat hinter Roshni her ist, weil sie viel Geld hat. Ich lag falsch. Ich habe endlich verstanden, dass er immer nur das Beste für die Familie im Sinn hatte. Er hat die Angewohnheit, mich immer zu warnen, wenn ich einen Fehler mache. Und diesmal war ich kurz davor, den größten Fehler meines Lebens zu machen. Aber weil er da war, hat sich am Ende alles zum Guten gewendet. Wie auch immer. Ich habe so eine Idee. Was? Ich habe doch bald Geburtstag. Und normalerweise feiern wir da eine Party. Ja? Aber diesmal läuft es anders. Und was? Wie wäre es, wenn wir für Roshni und Sidat nochmal eine Hochzeitszeremonie veranstalten? Wirklich? Ich habe den beiden noch nicht meinen Segen gegeben. Das beschäftigt mich irgendwie seitdem. Ich habe gedacht, wir organisieren eine kleine Zeremonie. Ich möchte Sidat in unserer Familie aufnehmen, wie Sidat auch uns in seiner Familie aufgenommen hat. Sein Hintergrund ist mir eigentlich ziemlich egal. Ob er aus der Mittelklasse kommt oder nicht, macht doch keinen Unterschied. Alles, was ich weiß, ist, dass Roshni nur glücklich mit Sidat werden kann, nicht wahr? Mom, es ist Zeit, dass wir diese beiden Seelenverwandten zusammenbringen und dafür sorgen, dass sie glücklich werden. Stimmt's? Es ist nie zu spät. Jetzt ist genauso gut wie immer. Vielen Dank, Mom. Sidat! Was passiert denn hier gerade? Du siehst glücklich aus. Wenn ich dich nur sehe, bin ich glücklich. Ich liebe dich, Sidat. Ich danke dir so sehr. Danke, dass du Onkel Kieser gerettet hast. Oh, oh. Das war doch kein Problem. Aber er ist doch dein Onkel und nicht mein Onkel. Sidat, manchmal denke ich wirklich, dass du in diese Familie gehörst. Die Art, wie du auf uns aufpasst, ist einfach unvergleichlich. Erst hast du Onkel Bablu geholfen und jetzt auch Onkel Kieser. Sidat, ich danke dir für alles. Und das ist die Geschichte, wie Roshni und Sidat zusammengekommen sind. Und deswegen müssen die beiden sich jetzt auch küssen. Was? Sag mal, wer hat euch denn sowas beigebracht? Wir haben in der Schule gelernt. Jeder, der sich unter dem Büsch auffällt, muss sich küssen. So haben wir das gelernt. Das ist eine Regel, das müsst ihr machen. Hör mir zu. Das ist kein Bursch, das nennt man einen Mistelzweig, okay? Wie genau nennt man das? Einen Mistelzweig oder was? Ich als Mittelständler habe schon mal ein bisschen Pau gegessen, aber von einem Mistelzweig habe ich noch nie etwas gehört. Ihr habt meinen Tag gerettet, jetzt müsst ihr nur noch Roshni dazu bringen, mich zu küssen. Na los! Kuss! Nein! Kuss! 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 Sehr gut. Kuss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist also Roshni. Sie ist also diejenige, die meine Mutter derart verrückt macht. War ein Stiefbruder nicht schon genug? Er besitzt doch schon alles, was mehr ist. Und seine Frau gehört auch noch dazu. Sie ist viel zu süß. Und ihre Schwiegereltern lieben sie wie eine Tochter. Lächerlich. Sie versteht wohl nicht, dass ich die einzige Tochter bin. In dieser Familie. Und ich werde alles bekommen, was sie haben. Seh nur, wie glücklich sie ist. Sie hat keine Ahnung, was auf sie zukommt und was ich vorhabe. Aber das wird sie noch erfahren. Sie hat mich einsperren lassen. Da ist jemand unter euch, der euch alle ruinieren wird. Merkt ihr meine Worte? Ihr werdet untergehen! Ich bin wegen Gafur hierher gekommen. Ich wollte wissen, warum er vorhatte, uns reinzulegen. Ich wollte wissen, mit wem er arbeitet. Ich bin hergekommen, um mit ihm darüber zu reden. Aber er hatte bereits die Kaution gestellt. Aber Sid, mach dir keine Sorgen. Ich werde schon herausfinden, wo sich Gafur gerade befindet. Siddharth? Warum stehst du spät in der Nacht noch am Fenster? Lass uns schlafen gehen. Ich bin noch nicht allzu müde, Roshni. Ich werde bald zu dir kommen. Komm mit mir. Ich werde gleich nachkommen, okay? Jetzt komm schon! Leg dich hin. Du schläfst noch nicht, oder? Ich versuche es doch, Roshni. Schließ einfach deine Augen. Okay. на 1-9-8-8-8-8-8-8-8-8-8!